Ich bin Jan, ich komme aus dem Schöneberger Norden und setze mich sehr dafür ein, dass Berlin fahrradfreundlicher wird. Für mich selber ist Fahrradfahren so wichtig, weil es einerseits umweltfreundlich ist, andererseits ist es aber auch aus meiner eigenen Sicht die beste Möglichkeit, sich in Berlin fortzubewegen. Und außerdem gefällt mir das Stadtbild viel besser mit mehr Fahrradfahrern, weil dadurch aus meiner Sicht ein viel friedlicheres Klima entsteht. Besonders übel ist in Berlin, dass einerseits massig viele Autos auf Fahrradwegen parken und du als Fahrradfahrer denen andauernd ausweichen musst, was dann natürlich dazu führt, dass du durchgehend gefährdet bist. Andererseits gibt es auch einfach zu wenig Fahrradwege und die Fahrradwege sind häufig sehr schlecht. Es wird jetzt wirklich mal Zeit, etwas zu verändern.